Willkommen zu Shark Week. Also wenn diese Dinge Atomwaffen mit sich transportieren konnten, dann sind die auch klein. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Ja! Ich weiß jetzt nicht, dass wir hier dabei sind. Aber schon alleine dafür hätte ich riesen Respekt, wenn ich da so einen Wrack finde und dann sagt der mir so, ja da wurden so und so Waffen transportiert. Kleines Bier mit dem ersten Offizier? Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier? Nein. Alles fit, Chefsjunge? Immer noch nein. Dein Spendabler, gutaussehender Kunde, bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Oh, jetzt bist du da. Okay, ich spür mal, ich spür mal Fliss. Entspannt, klar, warum nicht? Missbilligend? Nein, ich muss mich konzentrieren. Da bin ich, straight. Nee, ich muss mich auf deine Freunde konzentrieren. Ja, so ist das. Und du machst dann Conny. Genau. Wie bezahlt man sowas? Selbstsicher. Fragt eine Lady nie nach Geld oder kleinlaut, lange Geschichte. Ich mach mal, selbstsicher. Das heißt, dass man eine Lady nie nach Geld fragt. Wie die sich für Frauen gehört. Okay. Ich kaufe mir nur bald selbst ein Boot und dachte, du hast vielleicht Tipps für mich. Oh, klar. Gleichgültig. Hab zu viel um die Ohren. Beeindruckt. War mein Vergnügen. Er sagt doch... Ich hab gerade ziemlich viel um die Ohren. Aber hab ich ja so ausgemacht? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei, ei. Ei, ei. Das war wohl... Eine Abfuhr. Epischer Natur. So, okay. Dann gucken wir hier nochmal. Machen wir wieder an das Ding. Alex hat's ja ausgemacht. Ja, bei der Absicht. Piep. Wetter ist gut. Wow. Wetter ist gut. Okay. Dann lassen wir den Knüppel mal an hier. Wir schauen mal, was wir noch tun können. So. Wetter ist gut. Okay, ist so ein bisschen blurry gerade, wenn man es gegen das Licht sieht. Okay. Sie kann sich das... Muss sie sich das auch noch angucken? Oder... Also vielleicht siehst du ja die Person da drauf. Das sind andere Bilder. Ne, sind doch nicht andere Bilder. Die gleichen. Guck mal, dieser Stein. Der sieht... Ne? Und da. Irgendwie der Abhang. Achso, andere Richtung noch machen. Ah, man kann auch schneller durchskippen. Okay, aber es scheinen immer die gleichen zu sein. Ah, sind immer die gleichen. Schade eigentlich. Schade. Also, warum sollten es jetzt auch andere sein? So. Ah, das sieht schon cool aus. Oh, was haben wir denn da? Oh, oh. Können wir nochmal schnell ins Wasser springen? Ah, das ist immer eine Knöppe. Duke und Alex. Duke und Julia. Kein Funk? Ähm. Wie das war's? Sie probiert es einmal und dann hört sie auf damit, oder was? Ja, das reicht doch. So, nochmal schnell die Boxen aufnehmen. So, mal gucken, ob wir schon Heilflossen sehen. So. Das ist doch so ein schöner... Super da draußen, wa? So, die Wolken sehen eigentlich nach gut Wetter aus, aber hier hinten so? Ja, das sieht eher so nach... Das sieht eher sehr diesig aus. Also, so Regensturm? Hm. Nicht gut, nicht gut. Nicht gut, auf der weise. Nicht gut. Hat aber wirklich ein sehr, sehr knappes Füßchen an. Also, nicht, dass ich mich jetzt beschweren möchte. Müssen wir vielleicht noch mehr... War nur ne Feststellung. So. Äh, bestimmt, wir waren halt die Tau entspannt. Genießt du die Auszeit? Du scheinst deine Auszeit ja in vollen Zügen zu genießen. Ich habe viele Talente. Ah, kotzt mich jetzt schon neckisch. Charme gehört nicht dazu. Blöderweise gehört Charme nicht dazu. Ah, mein Charme ist wie ein Boomerang. Er ist daneben und erwisch dich dann von hinten. Du bist platt. Was für ein Unsinn. Zögerlich. Romantisch. Auf gar keinen Fall romantisch mit dem Typen all da. Tritt mal fester auf die Bremse, Junge. Hey, die langsame Tour ist auch nett. Schön, langsam. Ich muss sagen, irgendwie gefällt mir seine Sprüche. So, guck mal, was Brad macht. Leider der Spruch mit dem Boomerang. Äh, der war... Ach, der war schön. Der hat mir gefallen. Der hat mir gefallen. So, genau. Ich guck erstmal hier, so wie es hier aussieht, Freunde. Oh, warte mal hier vorne, war aber zum Graveln. Ah. Und? Rechter Stick. Jaja, aber man musste gerade in Richtung der Schublade drücken, was irgendwie hohl ist. Irgendwie. Ich mach's mal nochmal. Ich mach's mal nochmal. Ja, das Spiel ist bestrafend, Alter. Ist sofort abgebrochen, das ganze Ding. Echt? Also, du musst die ganze Zeit jetzt die A-Taste gedrückt halten. Die Scheiße. Du bist besser. Ah, okay. Félicité Dubiot. Äh, Duff Avenue, Santara, bababababa und so weiter und so weiter. Kommt doch nochmal und so. Sehr geehrte Frau De Boy oder De Bieu? Äh. Mit diesem Schreiben weisen wir Sie formell darauf hin, dass Sie mit der Tilgung Ihrer persönlichen Darlehens im Rückstand sind. Die Restschuld beträgt gegenwärtig 24.783 Dollar. Am 01.08.2019 war eine Tilgungsrate in der Höhe von 3.481 Dollar fällig. Dieser Betrag ist seitdem überfällig. Sie haben Ihre Zahlungserforderungen wie Gesprächsangebote hinsichtlich einer Umschuldung ignoriert. Sollte der fällige Betrag, 3.481 Dollar, nicht am 30.08.2019 bei uns eingehen, sehen wir uns gezwungen, die Zwangsversteigerung Ihres Sicherungsobjekts, der Motorjacht Duke of Milan, zu beantragen. Bitte handeln Sie dementsprechend. Mit freundlichen Grüßen, Charles Surin, Kundenberater. Oh je, alles klar, also wir stecken ganz schön in einer finanziellen Miss- oder Schieflage. Nenn ich's mal vorsichtig. Äh, heieiei. Sollten wir vielleicht doch uns noch mal ein bisschen da oben mit dem Knirsch unterhalten. Uh, also, ne? Da, da ist er, ja. Oh, oh. Piraten? Oh shit. Da vorn, ein Boot. Ach du Scheiße. Das könnte jetzt böse werden. Äh. Was wollen Sie? Äh. Kein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Wow. Äh. Besorgt. Das ist... Komisch. Sei einfach still und sag nichts Dummes, okay? Oh, toll. Aber das kann doch bestimmt gut. Oh. Das war denn dick, nu? Rütend. Oder? Ne, besorgt. Nicht so nah ran, Leute. Wir haben Taucher im Wasser. Und wie weg sind sie? Was... Was ist das denn jetzt für ne Aktion? Ey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du? Würden, äh, 10 Mäuse reichen? Oh, oh. Oh, meinst du doch R30? Kriege ich noch hin? Okay, Jungs. Ihr könnt echt gut feilschen. Schon gut. Hier. Nehmt einfach den ganzen Pott. Das war nicht sehr clever. Hm. Ich glaube, das war nicht gut. Ach so, das hätte er vielleicht... Das hätte er definitiv nicht machen sollen. So, ei, ei, ei. Ist da noch jemand an Bord? Was bewegt sich denn da? Na, ne Leiche. Gott. Oh, mein Kopfschuss? Hey? Da war da noch im Kopf. Ja, ja. Wirklich? Beim Heckgeschütz. Hm. Gut gemacht, Conny. Ach so. Na ja, klar. Vom Himmel hin geschossen wahrscheinlich. Schade. Eine Luke. Da kommen wir durch. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Oh, das sieht nicht gut aus. Nee. Also, da... Au, au. Ah, das sieht doch schon nach... Ah. Mach es nicht. Oh. Nein! Quicktime-Event. Aufpassen, Freundchen. Ja. Tja, und Gott sei Dank sind ja Haie im Wasser. Toll. Ah, Ladies first. Ach shit. Okay. Ich werde so was kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft. Es war auch unglaublich. Oh, ein Bild. Noch ein Bild. Pass auf. Julia, jetzt nicht gut. Wegen Gründe. Was? So, okay. Warte. Bild da unten. Ist schon cool gemacht, aber könnte mich ein bisschen ehren, dass ich den Quicktime-Event gerade verschnuselt habe, irgendwie. Ja, dadurch wird Julia jetzt sterben. Was sag ich dir? Echt jetzt? Nein, keine Ahnung. Julia, stopp. Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng. Wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Was? 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 Sag mal. Äh, äh. Was willst du tun? Mal schnell. Besorgt. Ist vielleicht zu gefährlich. Also, ich würde da nicht rein. Okay. Noch nochmal. Scheiße. Ich werde es riskieren. Ja. Nein! Nein! Ich übernehme keine Verantwortung, wenn Julia stirbt. So. Ich... Ich wusste jetzt nicht, dass sie dann... Ah! Ich drück mal auf A. Ja, komm! Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ganz uncool. Das ist, wenn der Spierende sich einfach über mich im Wechsel ist. Komm. Oh, ne. Total uncool. Total uncool, alter. Ey, ich... Ich bin scheiß Playstation Pad gewohnt. Was ist denn Hüpsilon, Mann? Alter, was ist denn denn los? Naja! Pille! Oh oh! Zum Glück war noch Alex da. Ja, wirklich zum Glück. Ey, wie gesagt, Xbox-Controller... Wenn da steht X, drücke ich den unteren Stoff... Da ist kein Scheiß hier unten, nur das ist aus. Keine Chance, kapiert. Jetzt sagst du. Jetzt sagst du, du machst irgendwas... Ach, jetzt unbedingt. Ja, ne, sag... Okay, warte mal, ne, sag... Äh, sorry, hat das Recht. War zu riskant. So, wo muss ich jetzt A drücken? Ja, ey, 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 sorry, ich wusste jetzt nicht, dass sie denn sagt so... Nö, Arschleckenmark trotzdem. Darf ich hier drücken? Ja, ja, sie kannst du drücken. So, was haben wir denn das Schöne? Das ist ein Liter. Oha, okay. Das ist aber ein schönes Projektil. Eieieiei... Ein Schusslecker, der ganze Rumpf durchsiegt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Nimm's doch mit für ihn. Genau. Ein schönes Souvenir. Aber sieht auch sehr smooth und sehr geil aus, irgendwie. Warte mal, da. Äh? Ah, okay. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie's benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Klick, klick. Also, äh, liebe Leute, ey, wirklich. Tut mir ganz so leid, aber ich seh schwarz bei den Quicktime-Events hier. Also... Ich leider auch. Oh, no. Oh, no. Ja. Was hast du erwartet? Oh, Medaillon. Was ist das? Oh, seine Frau und seine Liebte? Was ist der zweite, bitte? Ich seh nicht. Ein Kind? Man kann sich sehen. Vielleicht Frau und Tochter? Oder Frau und Mutter? Hm? Ja, vielleicht. Ich denke mal. Seine Frau und sein Kind. Wow. Was ist hier noch passiert? Aber das lässt sie da. Das ist gut. Ich denke, sie wussten um ihr Ende. So, kann ich ihn jetzt nochmal groben? Ich gehe halt was fest. Ah, okay. Alles klar. Wiederholt einfach bloß. Mhm. Ja. So, kann man sich hier noch ein bisschen umsehen? Oh, das sieht so cool aus irgendwie. Wie er so rumschwimmt. So, was machst du? Alex, was machst du hier? Was ist da? Was ist das hier oben? Äh, was war das? Sehen wir nach. Hm? Oh. Ach, dafür hat er den Stick dabei? Kein so. Ui. Okay. Oh, oh. Warum hat der eine Waffe in der Hand? Und umsehen willst du nicht, oder wird? Ach so jetzt. Oh, krass. Oh! 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 Und ja. Schön rein in den Neoprenanzug, alter. Aber ganz ehrlich, ich hätte es wahrscheinlich gemacht. Ich habe es gerade nicht. Kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Ja, ich will nicht nimm... Oh, okay, es ist quasi jetzt zeitgleich oben, wo das Boot das Lass gerammt hat. Na toll. Oh, jetzt geht's doch los, wieder Quicktime-Events. Oh no. Ich seh's doch schon. What? Oh Gott, Alex. Das ist ein grauer Riffhall. Kein Interesse an uns. Komm schon. Aber der weiß ja da unten. Der finde ich nicht gut. Oh, okay. Ach, das ist der richtige Zeitpunkt, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Deswegen denn? Kann sich da schon richtig sicher sein? Ist das dein Ernst? Really, Alter? Oh. Unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir. Aha. Julia, willst du mich heiraten? Na? Oh, 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 oh. Ich, ich... Oh, Mist. Sorry, Alex. Ich hab nicht... Ich wollte... Ihr seid fast gestorben. Julia. Ernsthaft? Ja, komm. Alex, wow. Das gibt ja eine Story. Mit Happy End? Ja. Ja, kann ich nicht heiraten? Und jetzt kommt der Hai. Boom. Das wär's ja. Sharknado. Okay, starker Held. Wollen wir jetzt aus dieser nassen Todesfalle fliehen? Fliss, hier Julia. Wir kommen rauf. Over. Macht mal nicht. Macht mal. Und jetzt nicht auf, wir fallen in das zweite Boot. Vor allen Dingen... Was ist da oben passiert? Nachdem er seinen Money Drop gemacht hat. Warte. Julia, hier ist die Dekompression. Hey, Scheiße. Was zum Teufel? Wir müssen da rauf. Warte. Die Dekompression. Wir haben hier sehen ein Bild vorhin. Die Dekompression. Die Dekompression. Wir müssen auf die Dekompression achten. Deswegen meins. Okay. Stimmt, das kann sein. Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Das ist ja Folter. Noch ein paar Sekunden. Okay, jetzt. Los, los. Ach, die haben gegrillt. Schön. Hey, was zum Teufel ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder am Lot. Jetzt ernsthaft? Echt jetzt? Oh, gar nichts. Dein Bruder hat einfach meinen Grill in die Luft gejagt. Conrad, bist du bescheuert? Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Den juckt's. Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute. Könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Alter, hängt doch da nicht die ganze Zeit im Wasser, ey. Hät doch mal raus. Alter, Glückwunsch. Wird jetzt der Einzelne, der jetzt denkt, dass von unten irgendwie noch ein Heil kommt? Ja. Scheint so. Scheint so. Szene zu Ende. Noch nicht mal der Kapitän sagt, kommt mal jetzt raus hier. Wo? Haben wir das richtig gemacht? Da bist du jetzt noch keiner gestorben. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wolle mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Was? Und Julia. Die große Liebe von Alex. Ja. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant. Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Hat es etwa gefunkt zwischen ihr und Conrad? Nee. Ich versichere ihnen. Sie halfen ihnen, Entscheidungen zu treffen, die sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Oh. Wir wurden gelobt. 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 Vielen Dank.